Hey Leute und herzlich willkommen hier bei Call us to like a global offensive auf ct-seite. Ich habe mir einen geisel Befreiungskritt geholt, also lass mich befreien, ja? Oder lass mir durch die Turnhalle gehen, das ist easier, hab ich mitunter, also das ist eigentlich ganz easy. Einfacher. Ja, easier. Alter! Hat der gut funktioniert. Leute! Daniel, wieso leuchst du mir entgegen? Mann! Und der hat mich gut blockt danach. Ja Daniel, warum leuchst du mir entgegen? Ich dachte, das ist der Gegend. Der hat mega gut funktioniert, ne? Ist auch easy. Ja. Wir haben eingezogen. Ja, da ist so viel Deckung, wo man sich hinter verstecken kann. Mach ey, lenkt die hier einfach ab, ne? Janik! Oh, die kommt schon von hinten, Mann! Ich bin da in der Geisel, in der Geisel. Hau ab! Hinten ist die Egel! Rechts, rechts, rechts! Nein! Das war ein Fehler. Oder nicht? Die wissen aber das... Janik steht ja noch vor. Janik ist doch der Letzte, oder nicht? Janik ist doch noch da. Ja, einfach rein, dann haben wir es hier. Der Letzte hat Bündel. Da rein! Nein! Die Geisel steht noch vor. Rechts, rechts! Rechts, rechts! Kann man da! Hol die Geisel, hol die Geisel! Hol die Geisel! Ich hab meine Geisel denn zu schaffen! Jawohl! Die Geisel, es gibt Geld! Wie kann ich die nehmen nochmal? Ach so. Ja, ohne doch! Oh, das Geld! Das Geld, doch! Das Money, also! Das Money! Herz ist am Vater, oder was? Aber ernsthaft? Wo lang? Okay, ich gehe rechts, äh, lang. Ich gehe rechts lang. Ich weiß nicht, wo hierher lang ich gehe. Hast du zusammenlaufen? Daniel! Vorhin sagst du noch, langs im Team laufen. Also, ich gehe rechts lang. Erstmal alle rechts lang, komm! Hat der mal ne Sniper? Nö, guck doch noch. Die haben auch noch nix. Die haben wir noch nicht. Ne. Die haben auch noch nix. Ich hab mir wieder so nen Schärfungsgekoll, ja? Ja. Also kostet, äh, brauchst du noch einen Kunde, um... Doch, die haben das Sniper. Den hab ich mitgegeben. Den hab ich mitgegeben. Ja, aber den hast du nicht. Durch, 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 durch. Unten oder oben? Okay, klar. Ich gehe, ich gehe. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Renten, Kinder-Paradies. Welche Geiser? Wer ist denn? Der ist, der ist, der ist. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Ich gehe... Okay. Lass den letzten leben, lass den letzten leben. Okay, lass mich leben. Okay, wenn der Terrorist win. Ah klar. 7 HP, läuft. Oh Pascal! Ja. Bin zweiter. Von vorletzter auf zweiter. In einer, in einer Runde. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Ich hab'n Arfe. Äh, dann lass langgehen, Daniel. Dann lass langgehen wieder. Rechts. Oder Sport, halt. Oder? Ja, lass rechts gehen, das hat geklappt. Dann lass uns gehen. Oder mit. Oder mit. Äh, du könnt' ja alle durchgehen und ich gehe rechts. Nein. Ja, das ist doch fast der gleiche. Wir sind gerade nicht mehr vor Ort, Alter. Ich brauche jetzt einfach hier durch. Ich gehe rechts. Ich brauche jetzt noch einmal. Ein bisschen geistiger da. Sturzi? Ja. Ja. Hallo, ich hatte ihn. Der hat Blut gespritzt, Alter. Hab ihn. Ja, ich hatte dann. Okay, der ist voll. Mitte, 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 Mitte. Sehr schön. Wie der nicht stirbt. Leute, warum befreie ich eigentlich mal Geisel, ja, Leute? Ja, ich mag Geisel. Scheiße, egal. Machen wir jetzt hier ne 4DM-Runde draus, ja? Mach das. Erstmal n Schluck. Aber wenigstens sterb ich jetzt noch nicht. Hä, wieso 9-9? Haben die eben gewonnen? Ja. Nein. Nein, wir waren in der Fall die Runde. 9-6 hatten wir zur Halbzeit. Hä? Ja, aber 9-6. 9-6. Und wir haben 3 Runden hintereinander gemacht. Was war das für ne Flash? Ja, für uns. Ja, nicht für dich. Hast du so viel Tucki. Nimm deiner die Arfe. Der entsteht, Anna. Ich geh mal von hinten gucken, ob was echt Death von hinten ist. LOL. Der hat mir auch Headshot gegeben. Der ist ja Autosniper. Nein, der hat ne SG. 4. Oh ey, ne SG. Ich seh nichts. Du bist letzter. Drei Leute. Probieren wir schon, oder? 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 Oh, alle sterben. Können wir auch so machen. Das ist doch der Plan, ey. Fug des Schiat. So, ähm. Was nehmen wir denn? Lass mal Tonhalle gehen. Ja, Tonhalle diesmal. Dann kauf ich mal ein paar Blend, ne? Jo. Ich hab alles eingekauft. Zwei Blend. Rauch und Smoke. Ja, ich auch. Ich hab jetzt, äh... 5.000 ausgekommen ungefähr. Rauch und Fire. Fire. H-E. Äh, Meldos. Ich würde mich umdrehen. Da kommt jetzt, äh... Erste. Erste, Zweite. Okay. Ich kann nochmal flashen. Flash. Da sind welche. Nochmal ne Flash. Oh, was schießt du denn im Weg? Wer? Mel, das stand gerade voll im... Ne, Dominic. Wo warst du das? Du standst gerade voll im Weg. Dadurch bin ich gerade gestorben. Weil ich dich nicht abschießen wollte, hab ich dich nicht mehr weiter geschossen. Sorry. Ich hab noch zwei Flash. Ich hab noch ein Flash. Ja, ich hab auch. Okay, Flash. Okay, Leute. Ich schmeiß den Flash. Alle wegdrehen. Alle wegdrehen. Okay. Der könnte ihn noch. Ihr habt noch eine Flash. Habt noch eine Flash. Achtung, noch eine Flash. Kommt, beklogen. Okay, jetzt. Geflasht. Okay, ein Achtung. Der andere steht jetzt danach. Ey, der Typ gibt irgendwie nur Insta-Header. Kann das sein? Okay. Der Rost, oder was das ist. Ich hab immer viele Spielschulen gehört. Ja, ich komm mal. Die sind alle beide oben gewesen. Ja, pscht. Magger. Never. Der hat 67 Stunden. Ja. Ist dein Ding auch privat? Ja. Leute, bei mir längst. Das Palette bei mir. Ja, bei mir auch. Richtig, ja. 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 Und wir müssen sich mal wieder was töten. Okay, lass mal. Wollen wir in die Mitte diesmal gehen? Mitte sind wir noch gar nicht gegangen. Können wir machen. Ich hab nur die 90. Okay, ich hab ne M4. richtig. Ich schmeiß da schlimm. Ich schmeiß da schlimm. Hat der auch irgendwie so gut geklappt? Nein! Hier! Achso, du meinst die... Das Mattenlager. Ja komm, Alter. Was hat die Mandar eigentlich jetzt rein? Nee. Okay, Achtung! Hi! Okay. Voll voll durch. Warte, ich muss meinst du jetzt schreiten. Nein! Upsala, ich hab ne Geisel angeschossen. Dafür kriegst du Minusfall. Okay, na? Durch. Alter, wie kann... Oh! Wie hast du den Typen? Dominic, hau doch rechts hinten nach. Da kommen noch welche. Deploying Flashback. Ja, wie ich erst mal voll seines Tasten höre. Von wem? Von dir. Von mir? Ach du Scheiße. Sorry. Was? Was denn? Alter Pascal, was ist mit deinem Internet los? Der ist über mir. Man, sei mal leise Daniel! Ich hab ein Problem, Leute. Quatsch. Der andere kommt wahrscheinlich gleich von hinten. Hier ist's win! Alter, der hat schüttelt. Oder geben wir ihm einfach so den Header? Ja, der hat mir auch einen Header gegeben mit einer Kugel. Nein, er hat mir genau mit einer Kugel den Header gegeben. Ja, das reicht. Ich hab ne Afe. Die ersten drei generell sind ganz schön... ...grenzwertig. Ja, wir sind einfach vielleicht... Aber nur okay. So. Äh, Leute, lasst mal, äh... Sechs gehen. Ja. Okay, ich hab Afe. Lass mich vor, lass mich vor. Oder wir verteilen uns auf alle verschiedene Möglichkeiten diesmal. Ja, lass das doch mal versuchen. Okay. Geh ich drunter, alle. Große. Nein, auch. Geh ich mit ihm. Mit ihm, mit ihm, mit ihm, mit ihm. Okay. Okay. Der hat mich gerusht, aber ich bin... Denk dran, rechts. Kalausse! Der musste ruhig kühlen. Ey, das kommt zurück. Jawohl. Boah, der hat mit einem vieler Schock schon wieder, ey. Mit zwei Kugeln. Wirklich... Achtung, den Header kommt drüber geflogen zu dir. Warte. Achtung, rechts. Der schmeißt da was von oben von der Treppe. Treppe. Drei von hinten. Hey, woher kommt der Unders geht? Jannic, jetzt! Wasch, da ist ne Abel. Drei von hinten, Jannic. Ja, das geht durch. Jannic. Komm, und nach rein. Eieee! Du bist, oder? Boah, Mann, ey. Okay, wir sollten jetzt... Baro-Nummer ist... Ich muss... Also, ich muss... Okay. Du diegelt, diegelt. Die Diekel diekelt. So, dann lasst uns jetzt mal alle, mit der Diekel müssen jetzt aber alle zusammen gehen. These fellows are gonna regret waking up this moment. Erstmal Mitte rushen. Oh krall. Okay, das ist ein guter Plan, da steht nämlich kaum jemand. Rush, die sind Mitte nie. Okay. Pascal ist sogar im Lack. Ey! Na klar, na klar. Sicher. Okay, drei sind da drin gewesen. Einer hab ich geholt. Was ne Pascal ist? What the fuck? 300. 200. Na glaub schon. Bei mir jetzt ja. Wir müssen rein. Ich kann mir mal ein bisschen... Ja Leute, lass mal ein bisschen defensiver spielen. Wir sind grad ziemlich schnell. Lass mal ein bisschen easy peasy spielen. Them is crazy. Lass mal ganz rechts lang gehen. Ganz rechts, Daniel hat ne Ava. Ne, da kommen zwei Alter. Und einer rusht durch. Könnt ihr gerne gucken, aber einer rusht durch. Da kommt einer. Wir sind ganz rechts schon lange nicht mehr gegangen, der wird nicht mehr rushen. Ich war da eben. Daniel, pass auf. Ganz rechts ist frei. Im Ernst? Jetzt ist einer da. Ganz rechts ist down. Ganz rechts ist da. Da ist noch einer, Daniel. Einer ist Kinderparadies. Ja ne, nur damit ihr es wisst, dass nicht einer... Ich pass hinten auf, ne? Ja. Hinten vom Spawnhaus bei der Tür? Ich pass da auf. Soll ich weiter? Die Geisel? Was denn? Wär's eher der wirklich tot gewesen? Ich hab ja jetzt noch keine Ahnung. Achtung, vom Betten aus hat er mir sofort Insta mitgegeben. Der guckt noch. Ich dachte, dass du wieder mit der Insta auch. Oh. Okay, einer noch, wo war der letzte? Rechts. Der musste am Spawn gewesen sein, oder? Der musste am Spawn gewesen sein, oder? Ja doch. Probier die Geisel zu holen. Du warst noch 7 und 3 Sekunden. Du hast recht. Der rusht mich jetzt. Der war, wenn du bis zu kommst. Oh, kommt gar nichts. Die haben jetzt auch ihre Aix angemacht. Oh, trotzdem. Ich komm für die ganze Zeit rum. Ich komm für die ganze Zeit rum. Was hattest du noch mal für einen Midrush? Wir haben alle Waffen Midrush. Ja komm. Come on, come on. Chop, chop. Ich würde sowas von nicht funktionieren. Ja, die Mitte halt. Über quetten. Über Turnhallen. Die Mitte. Ne, quettenparadies. Ja, schieß doch noch. Der war gar keiner. Ja, falls deiner kommt. Guck da. Oua. Die hab mich ein bisschen gezogen. Okay, dann lass das schieben nach rechts. Also, zwei, zwei, zwei durch oder, äh, drei rechts durch. Alter. Ich hab einfach nur noch Nades. Ich hab einfach nur noch Nades. Ich hab nur noch Nades. Komm doch mit durch. Wer da an der Tür war. Muss man eben nur abladen. Okay, ah, ah, ah. Boah, der hat mir einfach... Der gibt mir einfach Insta wieder einen mit, weißt du. Das ist doch nicht möglich. Du musst doch nicht zugucken. Ne, nicht unten lang, der guckt dann wie lang. Probiert einfach hinten über der Dings und der steht mit der AWP. Ja, ne, schaust du nicht machen? Ich lau vor, ne? Der wird jetzt am Spawn in der AWP chillen, also probiert er einfach irgendwie nicht übern... Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, nicht ganz rein. Ja, Janik, typ, um die Ecke springen gegen eine AWP, um die Ecke springen, geh nach links, geh nach links, geh nach links. Ja, hatte ich vor, Daniel. Hast mich gehört, Janik, um die Ecke springen gegen eine AWP, dann kann ich nicht zielen. Dann hat er trotzdem mit mir geschafft. Da lang ist er wahrscheinlich, Janik. Da, und da kämpft er irgendwo, da in der Richtung. Bleu! Von wo? Rechts, Daniel, rechts, 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 rechts! Mann! Daniel, ey, alles drin außer Wind, sagt er. So. Mir egal, ich wash jetzt einfach über. Ich geh rechts. Rechts werden wir sowieso... Wir werden überall sterben. Aber lass nicht rechts oben gehen, sondern rechts in der Mitte. In der Zone? Okay. Da kommt immer einer. Da kommt aber immer einer. Wir sind vorsichtig. Ja. Ich geh mal links, da kommen sowieso gleich welche durchgerusht. Hast du Flash? Sorry, Phoenix. Der ist down, der ist down, der ist down. Soll ich nochmal flashen? Das war nicht meine. Leute. Hier sind zwei. Äh, ich flashe. Ich flashe. Ich flashe. Ich flashe. Das ging schnell. Alter. Ich hab doch gesagt, ich flashe. Ja, aber ich dachte, du wirst sie besser. Ja, ich konnte nicht durch das Schmuck sehen, wo hier was ist. Okay. Ja, gut. Fick. Oben. Oben Treppe. Down. Okay. Jo, ja. Der hat mich. Der hat mich. Der hat mich. Jawoll. So muss das laufen. Komm, wir machen jetzt noch das Tor. So leicht gehen wir, dass wir nicht hier schlagen. Hey, Pascal. Happy Tree Friends. Frohliche Baumfreunde. Nochmal, oder? Jo. Das Kinderparty ist wundervoll. Move it. Move it. Also, ich geh wieder links und guck mal so ein bisschen. Und quill die... Wer hat ihn geflasht? Pascal, der Affe wird jetzt erstmal gemestert. Hey, Achtung, ich flashe. Horned. Grenade. Throwing flashback. Von hinten. Okay, hab ich. 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 Hör ich nochmal flashen? Ich flash nochmal. Da steht ne Awe. Vorsichtig. Ja, da steht ne Awe. Der hat mich. Der steht. Was ist krank? Oh shit. Warte. Kommt runter Awe, glaub ich. Oh nein. Was? Die Aave ist klar! Aave steht immer noch da NEIN! Fuck! Ich wollt hinten rum Ich bin auch nicht hinten rum gegangen Mitte sind die Lötschen Pass auf die Aave Dominik Tonhalle, ich kann nichts machen Janik, du kannst durch Die sind Mitte Oder du gehst von Mitte Ist die Geisel unten noch frei? Darfst du stemmen? Ja Wo leute ich Sag mal wieder Sag mal wieder noch einer ist noch Wer ist da? Oh hier was? Ja nicht mal weg Ja Sorry Leute Hauptsache 34 zu 6 War spannend Bis zum nächsten Mal Leute Haut da rein! Tschüss!